Moinsen, hier ist der stolze Systemling nach langer Zeit mal wieder. Ich wollte mich mal zwischendurch melden und zwar geht es heute um Windräder. Viele Leute behaupten ja, Windräder seien unglaublich laut. Ich frage mich, stimmt das und wollte dem mal auf den Grund gehen. Deswegen habe ich dazu eigene Beobachtung angestellt. Vorhang auf. Mein Gott, ist dieses Windrad laut. Ich frage mich.